Während andere Schüler ihren letzten Ferientag genießen, stehen sie schon wieder auf der Bühne. Die Jugendlichen des Cottbusser Kinder Musicals proben heute das letzte Mal für ihren Auftritt am Samstag. Dieses Mal werden sie ihr neues Stück Zauber der Magie im Amphitheater Senftenberg aufführen. Julia Engler spielt dabei die Großmeisterin der Dunkelheit, Mager. Ein Auftritt auf einer anderen Bühne bringt ein paar kleine Veränderungen mit sich. Darauf muss auch sie sich einstellen. Also beim Amphitheater ist es ja so, dass die Zuschauer quasi über einem sitzen und nicht so wie es hier ist, unter einem. Deshalb muss man hochgucken und die Bühne ist außerdem noch kleiner. Deswegen müssen wir auch einen Teil des Bühnenbildes weglassen. Ja und die Auf- und Abgänge sind natürlich ganz anders und also eigentlich ist es komplett was anderes. Die letzten Details können also erst am Samstag kurz vor dem Auftritt geklärt werden. Viele Schauspieler sind aber schon mit dem Musical Katzen tanzen nicht mit Wölfen im Amphitheater aufgetreten. Der Ablauf dort ist den meisten also bekannt. Beim Schauspiel an sich ist Julia noch nicht ganz mit sich zufrieden. An ein paar Sachen hat sie heute nochmal gefeilt. Na ja, als Mager ist es ja immer ziemlich schwer, ernst zu bleiben, weil man muss wirklich die ganze Zeit ernst sein. Daran will ich nochmal arbeiten und an der Zusatzszene, die wir einfügen mussten, weil wir, also wegen dem Auf- und Abgängen, weil das alles nicht so funktioniert, wie wir es hier gemacht haben. Ja und diese Zusatzszene würde ich gerne nochmal durchgehen. Im Stück bilden Mager und Magus, der Großmeister des Lichts, Regenbogenkind Amitola aus. Ob Amitola dabei den hellen oder den dunklen Weg wie Mager wählt, muss sie am Ende selbst entscheiden. Zwei unsichtbare Katzen und die coolsten Hexen der Schule machen ihr die Entscheidung aber nicht leicht. Zwei unsichtbare Katzen und die coolsten Hexen der Schule machen ihr die Entscheidung. Vielen Dank.